Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Secret 3. Ich suche einen Ausgang vom Friedhof und der ist nicht. Hier ist er nicht. Hier sind wir fertig. Zeit weiter zu gehen und Septik aufzuhalten. Ihr gebt euch zur Kirche östlich von hier. Ja genau, das sagt sie mir schon tausendmal jetzt. Ich suche ja schon die Kirche. Ich muss nur den Weg finden. So, hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Ja, Leon hatten wir auch schon. Ach, guck mal, hier geht's ja weiter. Warum sagt mir das keiner? So, okay, weiter geht's. Auf in die Kirche. Ja, und irgendwie kirchlich. Bleibt nur beisammen, okay? Ja, 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 ja. Oh, hat sie mein Licht. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Meistens dann von Aria. Ja, jawohl. Sonnenklar. Jetzt wieder eine Falle. Obwohl wir so eine Freirenne. Passt auf! Was sind das für Dinge? Jetzt seid ihr nicht mehr so froh, Mutes, was? Meine kleinen Plagegeister nutzen tote Leichen, um wundervolle romantische Magie zu erschaffen. Romantisch. Du meinst nekromantisch. Oh, ja, das war jetzt weitergeholt. Bevor ihr überhaupt da seid. Das war weitergeholt. Dass diese... Dinger euch nicht erwischen. Diese romantischen Dinger, ja. Ich weiß nicht, dass ich die nicht kaputt machen kann. Wow. Ich komm raus jetzt. So. Das kann ich kaputt machen. Okay. Dann muss ich wohl hier durch. Ach, hier muss ich doch. Okay. Ich hatte schon wieder diese Fallen. Also, bei den Untoten, das hatten wir ja bei den schwarzen Seraphim schon. Äh, ich hasse das. Wir haben irgendwie nur diese Mistkücher. So, hopp. Dann weichen wir eins kalt aus. Da ist nix. Was haben wir hier? Hier haben wir... Nix. Oh. Ja, so ein Ding, das da raus nicht kommentiert. Hey, hör auf! Abfallen, ja. Die hören mich auch nicht, wenn ich sage, umfallen. Find ich nicht so schön. Muss man doch hören. Ja, Onkel Blick, was sagt. Wir fahren gerade erst an! Ja, ich bin jetzt so wenigstens weiter. Das ist massisch. Oh. Hoppa. Und hoppa. Hopp, hopp, hopp. Wir brauchen alle Platz. Besser auf diesen hier. Der hier. So, muss jetzt reichen. Gehen wir doch mal weiter. Ernichtet sie! Ja. Hopp. Hier lang. Irgendwo muss dann ja hier... Ihr seid durchgekommen! Und Septic hat kein Wort gesagt. Ich weiß nicht, was mich glücklicher macht. Schnappen wir ihn uns. Wie wäre es, wenn alle mal die Klappe halten und wir zur Sache kommen? Au. Das war doof. Naja. Hier war der Kopf. Oh, 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 oh. Lass mich in Ruhe. Du fallst um. Okay. Das ging ja leicht. Ach, sie kalt! Ganz eiskalt. Auf jeden Fall. Zack, zack. Ramax. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freuen würde, sie zu sehen. Aber das bedeutet, dass Septic in der Nähe ist. Hä? Männer! Verteidigt euren furchtsamen Anführer in diesem glanztollen Moment! Er ist im alten Tonsaal? Glanztoll. Das ist wirklich anmaßend. Probiert das Rad aus. Dann können wir seiner Majestät vielleicht höchstpersönlich unseren Respekt zollen. Ich stehe mal wieder am Rad, natürlich. Hopp, hopp, hopp. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Nicht so hauen. Nicht so hauen. So sind die Regeln. Ihr habt es zur Hälfte geschafft. Macht weiter mit dem Weitermachen. Jaja, ich kann ja zählen. Oh. So. So. Das wächst jetzt mich jetzt. So, mit seinen Mega-Spezial-Attacken hier. Nicht mit mir. So. Weiter. Dann kommt er wieder her. Dann kommt er wieder her. Hallo, hallo, hallo. Gleich zum nächsten. Juhu. Vernichtet sie! So, der weg, der weg, der weg. Ja, auch weg. So. Hör auf, wenn man hier anzuschließen will. Blöd Mann. Ja. So. Du gehst. Ja. Verbreitet den Schmerz! Da war er weg. Und nochmal weg. Der Tonsaal ist offen. Und jetzt wird jemand enttort. Verflucht. Ich werde euch besiegeln. Und entkernen. Ich habe die Technologie dafür. Wenn hier einer entkernet, dann bin ich dafür. Aber absolut. Erinnert ihr euch an Hector? Dann fürchtet jetzt Hector 2.0. Und wenn er siegt, dann werdet ihr Teil von Hector 3.0 werden. Ja, dann dürfen wir einfach mal dafür sorgen, dass er eben nicht siegt. Ein Problem. Ein Schlimmeres am Leben entgegen. Au. Alles hat er nicht getroffen. Ja, das ist nicht geschehen. So, ich schleiche mich einfach mal dahinter. Es ist mir eine Freude, die Macht der Götter auf unheimliche Konstrukte loszulassen. Oh nein! Mein geliester Hector! Bleib mir fern! Ich bin Ablosud nicht oben an der Treppe! Ich wette 20 Goldstücke, dass er oben an dieser Treppe ist. Äh, nein, das mache ich nicht mit. Das ist mein Gold. Ist ja wohl klar, dass der oben an der Treppe ist. Dieser nicht sprechbare Sprechmensch, du. So, okay. Werden wir Septic mal ganz einheizen jetzt. Tu's mir ja schon fast leid, lieber Septic. Fast. Okay, wollen wir hier noch was da mitnehmen? Nö, nö, nö. Na gut, dann heilen wir das. So, super. Boah, ist er ja gar nicht. Der untute Brutus. Zane hat gesagt, ihr würdet darauf hereinfallen. Aber ich hatte ihm nichts geglaubt. Ihr seid so rechenbar. Bitte, sagt meiner größten Schöpfung hallo. Meinem Mega-Brutus. Ich schulde euch 20 Goldstücke. Bitte gebt mir die Chance, sie euch zu geben. Seid vorsichtig. Ja, ja, ich mach noch. So würde mein Mega-Brutus klingen, wenn ich ihm Stimmbänder gegeben hätte. So, jetzt schnell weg hier. Ich muss ja fast schon was schlucken hier. Fest da! Nerv kommt hier. Er macht ja alles richtig. So ist's richtig. Prügelt die Füllung aus ihm heraus. Obwohl... Er ist gleich am Ende. Ich spüre es. Die Siegreichigkeit ist mei... Was? Aber ich hatte doch Zombies. Tag Team Terror! Da endlich... Ja, blöde... Ja, blöde... Das war's. Das war's. So, Sühne verbessert Level 3. Natürlich ist dieser Feigling abgehauen, aber ich bezweifle, dass er irgendwo anders noch Tote erwecken wird. Lasst uns abhauen. Ach, und ich bin gerade knapp bei Kasse. Geht auch ein Scheck statt des Goldes? Äh, Scheck? Nee! Knapp bei Kasse. Ich nehme doch keine Scheck von ungedeckten Seraphim an. So. Endpunktzahl 36.000. Noch was? Hast du nicht gesehen? Okay. Neuer Auftrag erledigt. Sühne erweitert. Level erweitert. Was will man mehr? So. Könnt ihr mal... Warum steht das eigentlich immer noch offline? Ich hab doch... So, was? Äh... Was? Äh... Muss ich in Online-Manuel? Bestätige Eingabe? Ja. So. Öffentlich. Keine Ahnung, warum es mich abgemeldet hat. Da... Zum Anfang der Aufnahmen. Ja, was soll's. So. Wir machen erstmal weiter. Fertigkeiten und Ausrüstung. Kampfkünste. Können wir was machen? Und zwar bei Exekution. Ähm... Lass eine Exekution auf eine andere über große Distanz folgen. Jawohl. Hup. Äh... Nehmen wir. Ausweichen kann ich grad nix. Das fordert noch ein Level. Wiederbeleben kann ich... Hier. Ähm... Durchbreite. Andere geht 30% schneller von den Stadt. Naja, nehmen wir mit. Für den Fall, dass doch mal andere kommen und so. So. Kampfkünste. Blitzschlag. Haben wir ausgerüstet. Urteil. Naja. Urteil mag ich nicht so. Können wir lassen. Himmlisches Licht. Das war auch nicht das, was mir gefallen hat, ne? Ja. Nutzer springt nach vorne und landet mit einem Schlag auf dem Boden, wodurch Ziele Schaden erleiden. Nein. So. Okay. Zurück. Und schließen. Und machen wir mal ein paar kleinere Missionchen hier. Würde ich meinen. Hier, guck mal. Die hier zum Beispiel hier. Versunkene Bollwerke. Auswählen. Ein Jäger berichtet, dass ein paar Fieslinge die versunkenen Bollwerke eingedrungen sind. Es sieht ganz so aus, als ob sie ein altes Grab plündern wollen. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. So. Naja, ihr könnt ja zum Glück noch Pause drücken oder mich kurz zurückspulen, wenn ihr es lesen wollt. Aber beim Schnetzeln kommt es nicht aus Lesen an, denke ich. Du wirst es bedauern, heute Morgen aufgewacht zu sein. Absolut. Und ich werde nicht dieser jemand sein. Und exekutiere ihn dann. So hier zum Beispiel. Okay. Oh, hepp. Hopp. Und hier auch. Hier alle mal. So, bevor der hier so irgendwie den Schamanen sauber macht. Muss ja nicht sein. Zack, zack. Aber es ist noch nicht vorbei. Bleibt konzentriert. Okay. Äh, was ist das hier? Eine Küste. Na gut. Hätte ja sein können, dass was drin ist. Wirklich. Einfach weiter gehen. Ja, ich habe da ein Gold vergessen. Na, was soll's. Auf die paar Stückchen macht es mir jetzt auch nichts mehr. Hier sieht es aber aus. Haufen weiße Matsch und so. Zack, zack, zack. Hopp. Und du jetzt auch. Komm her. Bin gar nicht so. Mach ich alle... Oh. Kleiner Elite-Mobs. Zack, 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 zack. Gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Da war er auch schon weg. Oh, schreck. Jetzt haut da unten einer sowas hier. Du bist das hier, ne? Du bist das. Ne, nicht mit mir. Sowas. Okay. Ach ne, hier ist noch einer. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Da kommen noch mehr. Na, das hoffe ich doch. Sonst wird's hier langweilig. Hallo. Ich bin da. Wer noch? Klack, 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 lalalala. Lalalalalala. Gleich ist hier ein toter Boss. Da ist er schon weg. Dann noch einer. Dann noch einer. Wuhu. Oh, Heilungstotem. Den maximalen Vorrat erhöht. Sehr schön. So, war's das schon? Ah ja, ne, wir müssen noch öffnen. Kiste auf. Gold ein. Also gesagt. Schlup, 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 schlup. Alles mitnehmen. Alles. Sehr schön. Und dann irgendwo muss noch ein E-Knopf sein. Da unten. Okay. Zup. Schon wieder eins erledigt. Ha, sind wir gut. So, versunkene Wollwerke. Obwohl die ja eigentlich an Land waren. Bestätige Eingabe. Neuer Auftrag erledigt. Heilungstotem Vorrat vergrößert. Und dann direkt weiter. Auf den Eremitenweg. Uns hat ein Notruf erreicht. Es erscheint, dass seltsame Kreaturen den Eremitenweg blockieren. Sodass keine Klicker über die Berge kommen. Sie brauchen eure Hilfe. Oder müssen gefangen, äh, müssen anfangen sich gegenseitig zu essen. Na dann, dann helfen wir mal. Sicher ist sicher. Eremitenweg startet in 3, 2, 1. So, da steht's nochmal. Diesmal habe ich es vorher gelesen. Damit das jetzt nicht hier verschwindet. Hehe, bin ich nicht gut? Und los geht's. Greift alles an, das euch angreift. Okay, das ist leicht. Greift er mich an? Ihr greift mich an. Schön, ich freue mich. Ich freue mich. Hopp. Zack, zack, zack. Zapp. Du auch. Oh, noch was. Hallo. Putt, 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 putt. Kleines Vögelchen. Putt, 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 putt. Hopp. Okay. Und nochmal. Und nochmal. Das war's. Aber es ist noch nicht vorbei. Bleibt konzentriert. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Komm mal. Nicht meckern, nicht jammern. Und den, ich würde sagen, da ist er ja. Ist das schon der Boss? Ja, das ist der Boss. Sowas. So. Lalalalalalalala. Nananana. 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 Hau doch, hau doch, hau doch. Hau doch mal. Au. Jetzt hat er mich doch geaufischt. Mist. Gebt euer Schlimmstes! Irgendwie kann man auf dem Gestrick auch nicht richtig laufen hier. Au, hör auf da. Hör auf damit. So, jetzt ist aber gut, ja. Meine Güte. Und ihr Nervköpfer auch weg. So. Hüpf. 1 zu 0 für den Widerstand. Fester! Jawoll. Die Heil-Items haben wir ja wohl etwas erweitert. Oder stand da was für eine automatische Aufladung? Im Augenblick müssen wir dann gleich mal gucken. Aber wir öffnen erst mal die Truhe. Und nehmen mit, was hier so durch die Gegend fliegt. Viel Gold. Da liegt er noch. Hm. Na gut. Raus hier. Okay. Auftrag abgeschlossen. Eremitenweg. Bam, 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 bam. Endpunktzahl genug. Bestätigen die Eingabe. Neuen Auftrag erledigt. Sechs neue E-Mails. Ähm. Heiltrank Aufladung verbessert. Verdammt. Ich muss mal eben mein Handy leise stellen. Die sechs neuen E-Mails waren nämlich nicht im Spiel. Sowas. Okay. Bestätige Eingabe. Und beende Folge. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass er wieder eingeschaltet hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.